Jules Verne Reise nach dem Mittelpunkt der Erde 18. Kapitel Durch die Lava Galerie Um 8 Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die tausend Facetten der Lava der Wände fingen ihn auf und zerstreuten ihn gleich einem Funkenregen. Dieser Schimmer reichte hin, um die Gegenstände der Umgebung zu unterscheiden. »Nun, Axel, was sagst du dazu?« rief mein Ohrheim, indem er sich die Hände rieb. »Hast du je in unserem Hause in der Königsstraße eine so ruhige Nacht hingebracht? Da ist kein Wagengerassel, Geschrei der Kaufleute, Rufen der Bootsleute.« »Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts, aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin.« »Aber«, rief mein Ohrheim, »erschreckst du jetzt schon? Wie wird's da später gehen? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen.« »Was meinen Sie?« »Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Snaffils mündet, endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels.« »Wissen Sie dies gewiss?« »Sehr gewiss. Befrage nur den Barometer.« »Wirklich? Das Quecksilber, welches im Verhältnis, wie wir hinabkamen, allmählich gestiegen, war bei 29 Zoll stehen geblieben?« »Du siehst«, fuhr der Professor fort, »wir haben erst den Druck einer Atmosphäre, und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen.« »Jenes Instrument musste in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet.« »Aber«, sagte ich, »ist nicht zu besorgen, dieser stets zunehmende Druck werde peinlich werden?« »Nein. Wir kommen langsam abwärts, und unsere Lungen gewöhnen sich, eine dichtere Atmosphäre einzuatmen. Den Luftschiffern mangelt es am Ende an Luft, wenn sie in die höheren Schichten kommen. Und wir bekommen vielleicht zu viel, aber das ist besser. Verlieren wir nun keinen Augenblick Zeit. Wo ist der Pack, welchen wir zuvor hinabgeworfen haben?« »Ich erinnere mich, dass wir abends zuvor vergeblich danach gesucht hatten. Mein Ohrheim fragte Hans, der mit seinem Jägerauge sich umsah. »Der Huppe?«, fragte er. »Dort oben.« »Wirklich. Der Pack war an einem Felsenvorsprung etwa 100 Fuß über unserem Kopf hängen geblieben. Und der behende Isländer kletterte gleich einer Katze hinan und holte in einigen Minuten denselben herunter. »Jetzt«, sagte mein Ohrheim, »wollen wir frühstücken. Aber wie Leute, die vielleicht eine weite Fahrt zu machen haben.« Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch wurden einige Schluck Wasser mit Wacholder-Brandwein genommen. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Ohrheim sein Notizbüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und zeichnete auf. Montag, 1. Juli. Chronometer, 8 Uhr, 17 Minuten, vormittags. Barometer, 29,7 Zoll. Thermometer, 6 Grad Celsius. Richtung, Ost-Süd-Ost. Diese letztere Angabe des Kompasses bezog sich auf den dunklen Gang. »Jetzt, Axel«, rief der Professor begeistert aus. »Jetzt werden wir erst rechts ins Innere des Erdballs dringen. Nun beginnt eigentlich erst unsere Reise.« Und unverzüglich fasste mein Ohrheim mit der einen Hand einen an seinem Halse hängenden rühmkaufschen Apparat, brachte mit der anderen den elektrischen Strom in Verbindung mit der Serpentine in der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, welchen Hans trug, wurde ebenfalls in Tätigkeit gesetzt. Diese sinnreiche Anwendung der Elektrizität setzte uns instand, durch Schöpfung künstlichen Tageslichts selbst mitten durch entzündliche Gase weiterzudringen. »Marsch«, sagte mein Ohrheim. Jeder nahm wieder seinen Pack. Hans übernahm es, den mit den Kleidern und Stricken vor sich herzustoßen, und wir traten alle drei in die Galerie. Im Augenblick, als wir uns hineinbegaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermesslichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahre 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, dass man über eine in einem Winkel von 45 Grad geneigte Fläche nicht allzu rasch hinabglitt. Zum Glück konnten manche zerfressene oder hervorragende Stellen als Stufen dienen, und das Gepäck brauchten wir nur, an einer langen Leine uns nachzuziehen. Aber was unter unseren Füßen die Stufen abgab, wurde an den anderen Wänden zum Tropfstein. Die an manchen Stellen löcherige Lava bildete kleine, runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lystris vom Gewölbe herab, schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen. Wie prachtvoll ist das, rief ich unwillkürlich aus. Welch ein Anblick! Zum Staunen diese Nuancen der Lava, die in unmerklichen Abstufungen aus dem Rot-Braunen ins glänzende Gelb übergehen, und diese Kristalle sehen aus wie leuchtende Kugeln. Ach, jetzt kommst du darauf, Axel, erwiderte mein Ohrheim. Ah, du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoffe ich. Nur vorwärts, vorwärts! Der Kompass, den ich häufig befragte, wies unveränderlich strenge die Richtung Südost. Dieser Lavastrom wiegt nach keiner Seite hin von der geraden Linie ab. Inzwischen nahm die Wärme nicht merkbar zu. Dies bestätigte Davies Theorie, und ich befragte öfters mit Verwunderung den Thermometer. Zwei Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur 10 Grad Celsius, das heißt eine Steigerung von 4 Grad Celsius. Dies veranlasste zu der Annahme, dass wir uns mehr horizontal als vertikal bewegten. Wie tief wir hinabgekommen, war leicht zu bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtungen hielt er geheim. Abends um 8 Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich nieder. Die Lampen wurden an einem Lava-Vorsprung befestigt. Wir befanden uns in einer Art Höhle, wo es an Luft nicht mangelte. Im Gegenteil, wir spürten einigen Luftzug. Woher rührte diese atmosphärische Bewegung? Diese Frage mir zu lösen unterließ ich jetzt, da Hunger und Ermüdung mir die Fähigkeit zu denken benahmen. Das Hinabsteigen während sieben Stunden hintereinander hatte meine Kräfte erschöpft und ich hörte mit Vergnügen den Ruf HALT! Hans bereitete auf einem Lava-Block einige Lebensmittel aus und wir aßen mit Appetit. Doch beunruhigte mich ein Umstand. Unser Wasservorrat war zur Hälfte verzehrt. Mein Ohrheim hatte darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher mangelten diese gänzlich. Ich konnte nicht umhin, diesen Punkt seiner Beachtung zu empfehlen. Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich? sagte er. Allerdings. Und er beunruhigt mich sogar. Wir haben nur noch auf fünf Tage Wasser. Sei ruhig, Axel. Ich stehe dir dafür, dass wir Wasser finden werden und mehr als uns lieb sein wird. Wann? Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind, wie ist es möglich, dass Quellen durch diese Wände dringen? Aber vielleicht zieht sich dieser Gang bis zu großen Tiefen hin. Es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht so tief hinabgekommen. Worauf stützt du diese Voraussetzung? Weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre. Nach deinem System. Erwiderte mein Ohrheim. Was zeigt der Thermometer? Kaum 15 Grad, also nur 9 Grad mehr seit unserer Abreise. Nun folgere. Ich folgere also, nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Innern der Erde 1 Grad auf 100 Fuß. Aber diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeit sich ändern. So hat man zu Jakutsk in Sibirien wahrgenommen, dass die Steigerung um 1 Grad schon bei 36 Fuß stattfand. Dieser Unterschied hängt offenbar von der Leitfähigkeit der Felsen ab. Ich füge ferner bei, dass man in der Nähe eines erloschenen Vulkans und durch den Gneis wahrgenommen hat, dass die Steigerung der Temperatur nur bei 135 Fuß 1 Grad betrug. Halten wir uns nun an diese letztere Annahme, die sich am günstigsten ausspricht und rechnen wir. Rechne nur, lieber Junge. Das ist nicht schwer, sagte ich und schrieb die Ziffern in mein Notizbuch. 9 mal 125 Fuß machen 1125 Fuß Tiefe. Sehr genau ausgerechnet. Nun? Nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns nun 10.000 Fuß unter dem Meeresspiegel. Ist's möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr. Das Professors Berechnung stand richtig. Wir waren bereits um 6.000 Fuß tiefer gekommen, als bisher den Menschen gelungen war. Zum Beispiel in den Gruben zu Kitzbühl in Tirol und zu Kuttenberg in Böhmen. Die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad hätte betragen sollen, betrug kaum 15. Das gab sonderlich Stoff zum Nachdenken. Wie lange war's Bus in Tirol, oder die Ziffern first психologischer Körper einer Frau? Ja, oder die Ziffern coughing sonboat, court мехanızelt.